Jo, ist Stream Alarm und heute zeige ich euch im Anno 1800 Shorts Holz im Überfluss ohne Ende. Dazu klippt ihr zuerst ein bisschen Holz, wie ihr das schon kennt. Hier zwei Handelskammern und in die Handelskammern kommen rein die teutonisch-technische Schneidewerkzeug, die Miss Rodriguez, die Ursula Green und ein Feras und dann habt ihr hier wunderbar einen geklippten Holzfäller. Dieser geklippte Holzfäller wird gleich auf einen unglaublich großen Prozentsatz Holz und Baumwolle produzieren. Dazu, wie ihr das schon aus dem Shorts kennt, Baustoffe ohne Lager speichern, machen wir das direkt mal, damit die Produktion angeht. Wir werden jetzt hier ein bisschen die Lager einfach kurz hochziehen, damit die Holzproduktion angeht und gucken uns das mal an. Jetzt haben wir ein bisschen Holz verbraten, jetzt läuft der Holzfäller, der Holzfäller tickt hoch und ihr seht schon Reihe 25, 30. Er wird gleich etwa auf 640 bis 670 Prozent laufen. Der zieht hoch, das Lager muss nur noch hinterher kommen. Die anderen Holzfäller sind aus, der produziert wunderbar schnell. Und so produziert ihr, wie ihr seht, mit exakt nur einem einzigen Baum. Gut, der hat jetzt ein paar mehr Felder, aber der hier zum Beispiel hat hier seinen einzigen Baum stehen. Da ist er. Bei 640 Prozent, alle zwei Sekunden ein Holz und alle vier Sekunden zwei Baumwolle. So einfach ist es. So schnell produziert ihr Holz in Anno 1800 und rettet dabei auch noch den Regenwald, weil ihr viel weniger Platz braucht. Das war Stream Alarm. Wenn ihr mehr bleibt, bleibt dran. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.